Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der da rüberkommt. Da! Okay! Ein Schock, ich muss mir gerade eine Antenne tun. Willkommen zu Mercy, California. Willkommen zu Mercy, California. Willkommen zu Mercy, California. Willkommen zu Mercy, California. So, dann kann ich erst getrunken. Aber ich will jetzt da das Intro sein. Ja dann. Okay, na Spass. Aber ich... Ah ja, jetzt sieht man schon viel mehr dort. Hier sieht man nicht so viel, aber dort. Mehr die Packs einfach auf die Strasse auszulegen. Irgendwann nicht auf der Strasse am besten. Einmal in den Saloon. Da ist schonmal eine Zündholzschächte. Das ist das Pentagramm. Ja. Ist er eskalieren oder? Ich bringe es, denke ich, er knischt auf. Hey, hat da jemand schon das Ding auf da? Ja. Was auf da? Ja, ist der schon unterwegs? Nein, nein. Da wird es zuerst stockt unten und dann hörst du den Schuss. Aber ich hör schon, dass er noch läuft. Das wird da noch für uns sein vermutlich. Klingt aber nicht so, muss ich euch ehrlich sagen. Nur noch mal ein Pin. Oh, ich hab einen Schlüssel. Der Kirchenschlüssel. Ja, genau. Ja, genau. Aber noch nicht aufzulegen. Ja. Ja, die Hufe. So Schubladen und so kann ich nicht aufzulegen. Ja. Es gibt da unten die Map der Schlachthof. Und da musst du ein Stacheldraht finden. Da hab ich vorne noch mal irgendwo ein paar Zufall gefunden. Oder vielleicht zwei. Die Rosen sind eigentlich noch am einfachsten versteckt. Aber da fällt mir, wie gesagt, danach. Ja. Ich lasse noch mal mehrere Zündhölzle da hin. Holst du das Pentagramm noch? So. Oh, servus. Ich bin da oben. Ich hab schon Zündhölzle schon hin gelegt und... Ah, jetzt liegen zwei Päckli dort. Dann nehm doch wieder eins. Ich nehme eins mit. Ja, aber dann verteil sie lieber woanders. Ist im Stall, schaut Zündhölzle. Ja. Okay, dann schau ich mal da mit dem Sheriff hine. Ich nehme auch noch mal eins mit. Kann es sein, dass beim Sheriff gar kein Pentagramm hin ist? Ah, kann schon sehen. Vielleicht auch irgendwo in einem Perla oder... Nein, da musst du rauf gehen. Ja, außen ist die Seite der Treppe, genau. Welche Seite ist jetzt die Frage? Ah, da hinten. Da war ich noch gar nicht abgelucht. Da ist noch ein Benzkanister. Ja, unten beim Sheriff ist auch noch ein Benzkanister. Ah, da wären schon Zündhölzle hoch gewesen. Da gibt es ja einen Keller auch noch, gell? Von der Bank und äh... Ich lege auch mal noch Zündhölzle da auf die Strasse. Ups, jetzt weiß ich das nicht. Hoppala. Legt da wieder Medikit in die Mitte. Wo fallen jetzt noch 10 Hölzle? Ah, ich weiß es gar nicht. Hier drei oder zwei habe ich verteilt, aber... Wie man sieht, wir können jetzt einfach da auch noch ein bisschen durch die Ding latschen. Durch die äh... Ah, Hösle. Da liegt auch schon eins drauf. Mal noch schnell in den Keller. MediPacks sind noch nicht viele da. Mh. Boah. Ja. Ja. Ja, ja. Kann ich die Schl... Können die... Achso, die Schlüssel spawnen erst, gell? Ja. Den 10 haben wir, glaube ich, genug jetzt. Ja, wir haben 10. Ah, da vorne ist sie halt in der Kirche drin. Ah, ok. Bist du am Ersten? So, liegt jetzt bei jedem Band der Kamera. Ja. Was gibt's für eines? Jochen Eier. Oh, die Mahlzelle ist richtig mit Mannes am Arbet. Ja, im Sheriff Ding ist mal eins drin. Im Saloon liegt schon eins drauf. Äh... Rendezvous. Guck mal da noch. Da liegt auch schon eins drauf. Und ich habe noch eine Schächtele in der Hand zur Not. Da müssen wir halt schreien. Ah, da liegt noch ganz gut. Da habe ich jetzt so eins angelegt. Die von 25. Wie gut versteckt sind die Hufeisen? Sehr gut. Ich habe bisher jetzt so eins gefunden. Eins. Und das hat das Wimi hingegenkt. Ja. Ich glaube ich habe schon drei oder so. Eigentlich könntest du am Anfang alle Hufeisen sammeln, nicht? Äh... Bis auf dir, die wahrscheinlich dann in der Kirche sind. Ich glaube wir sind ready, oder? Weil... Weil... Ich habe noch... Ich habe gerade eine Klitterorientierung verloren. Was? Also Hoba ist einmal... Da fällt noch eins drin. Der lebt ja mit dem Grusel-Skin. Hä, wo fällt der so nach? Ich weiß nicht, wer er rauben wird zumal. Da hat jemand noch eins, oder wie? Da ist noch ein Benzinkanist. Nein, aktuell gar nicht. Ja. Ich trage gerade auch noch ein Benzinkanist. Beim... Hotel wahrscheinlich. Das mit dem Bett. Ahja. Da fällt noch ein... Ober. Locher habe ich gefunden. Was hast du gefunden? Locher. 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 Okay, dann könnten wir starten, oder? Ja, nein. Wir haben jetzt keine Zünderholzschachtel oben. Achso, ja. Dann... Wir müssen da... Wir müssen Konsequenzen beim Hotel. Ja, wer hat denn noch... Über... Ah, da Huffeisen. Wer hat denn noch... 4 von 25? Das Hotel ist auch noch ein Medikit und eine Batterie oben oben. Ich leg gerade auch nochmal einen Knister da oben her. Hm? Können wir die ganze Kirche runterfackeln, hm? Ah, der ist auch noch ein Knister. Kann man eigentlich da... Ahja, ok. Kann ich den in dem Verlauf über Kanten haben... Ah, den wollte ich gerade eh mit, ja. Ah, Huffeisen. Ah, da liegt's Huff. Ah, das hab ich schon in dem Fall. Ja, in dem Fall, ja. Ah, da ist auch noch Huffeisen, König. Wo? Da. Wie schon Scherzgeks. Ah, da ist auch noch ein Scherz. Ah, da ist ja auch noch ein Scherzgekopf. Und ich guck das mal. Ah, da ist ja noch scherz. Ich weiß nicht, aber es muss auf alle Fälle irgendwo zugänglich sein, weil es sind keine Räume abgesperrt, sondern nur die Koffer. Ist aber nirgendsans. Nur Geld. Oh, und ein Hofeisen. Ja. Das sind zwei Hofeisen da vorne am Plagg. Also wo? Wo ist das jetzt gern? Eigentlich schon. Kommt man da rein? Ah, da braucht man wahrscheinlich deinen Schlüssel. Ah, das ist ja... Nur noch... Ja, beim... Ding, denen bei der Bank waren auch noch kurze Hölzler, aber da liegen welche da nicht, aber das passt. Ich leg's ja auf den Kreis auf. Habe ich ja dazu gelegt. Okay. Halt in der Nähe vom Kreis. Vielleicht ist das letzte in der Kirche drin. Weißt du jetzt nicht, ob das... Ist vorne, ich hole immer woanders, aber... Wir können's theoretisch eingehen. Das ist hier der erste Schlüssel, den wir finden, dort wo kein Streichholz liegt. Ja, aber sonst machen wir die Kirche mal rauf. Am Anfang ist er ja gar nicht aggressiv. Ja, aber... Da schießt er die höchstens auf der Strasse. Am Anfang müssen wir sowieso alle Bücher aufsperren und überall dazulegen. Aber er wird erst wütend, wenn wir die Bücher verbrennen, oder? Nicht wenn wir sie... Genau, ja. Also am Anfang ist er extrem chillig. Das heißt, wir könnten eigentlich alle Bücher mutieren und dann... Ähm... Na, du kannst erst... Das sind bloß 2 oder 3 Pentagramme leuchten. Ja, ja. Aber dann machen wir die 2 oder 3 und dann bringen wir die alle gleichzeitig, oder? Aber wir können überall schon ein Buch dazulegen, oder? Ja, genau, ja. Wir können alle Schlüssel suchen, alle Bücher platzieren und dann erst anfangen als erst zu verbrennen. Genau, das ist die beste Strategie, ja. Dann soll ich die Hütten mal aufsperren, oder? Ja, aber... Die Geister nehmen ja die Bücher wieder mit, wenn die... Ja, aber nicht die unbenutzten. Nur die... die Aktivierten. Ja. Nur die Aktivierten, ja. Ok, ok. Also drauf machen wir die Kirche auf, da. Ok. Ups. Huff. Spawnt der da hinten? Oder was spawnt der? Bei mir da. Ui! Er ist ja klar... Ich seh nix. Ah, jetzt so. Ich seh dich nicht. Du, wenn ich wegschluck... Ja, er ist direkt hinter mir. Nein, da hinten sind leider auch Katzenhölzli. Das ist wahr. Ja, das aber dann auch gleich mal suchen. Aber gehen wir jetzt mal auf Schlüssel suchen. Ja. Soll ich das schon mal anzünden, oder? Die mit so einem Kanister? Das macht noch nix, oder? Ja genau! Er kommt schon direkt zu mir im Salon rein. Ich zünde mal die... Ja, äh, den könnt ihr sowieso auch anzünden. Ah nein, noch nicht. Ja. Doch, ich hab den Fackelbaum anzündet. Sind ready. Pentagramme, die leuchten, kann man auch schon anzünden. Ja. Ich hab noch mal einen Schlüssel. Hotel... Welches ist das Hotel? Ich glaub da bin ich grad drin. Hotel ist ganz vorne rechts fast. Ja. Jetzt schauen wir mal. Ist das ganz am Anfang oder am Ende? Ganz am Ende rechts. Also das vorletzte rechts oder so. Ich glaub schon was... Ist das Bett. Die Symbole werden... Ah, wo ein Bett drauf ist, oder? Ja, und es steht oben ein Hotel auf dem Schild drauf. Ah, okay. Das sieht man schon gleich. Ich hab jetzt schon vier Schlüssel gefunden, gell? Okay. Ich war grad in der Scheune, da war nix. Ja, aber genau im Hotel fällt das Zündhölzeln, gell? Okay. Ist dort aber das Ding, kann man schon anzünden beim Hotel? Nein. Okay. Oh! 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 Oh, ich lauf ihm direkt in die an. Ich hab eine Zündhölzschechte drin gefahren. Oh, nice. Ich komm ins Hotel bitte. Perfekt. Oh, was? Warte. Achso, da geht's rauf. Ich geh mal in die Bank. Oh! Ah, in der Bank leuchtet schon. Dann kannst du dich da mal anzünden. Ah, das hat er schon wieder anzündet in der Bank. Bist du sicher? Weil die Kerzen brennen immer, weißt? Ja, die brennen da und es leuchtet auf. Du siehst es los, wenn das Zündhölzeln weg ist. Achso, es ist schon weg, ja. Hast du den Schlüssel für das zufällig? Nein. Nein, mein einziger Schlüssel. Du weißt, da unten links. Lebe, 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 lebe. Da ist schon jedes Schlüssel. Echt, bei mir steht da überall, damzig, damzig, damzig. Achso, ja. Ah, Minen. Ich glaube, er ist da auch von uns. Kann ich das sehen? Ja, schau mal schon platziert. Schau mal, ob er dahin ist. Und die Minen, die sind irgendwo hinter deinem scheiß Gebäude, gell? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der da runterkommt. Ja. Du hast alle Schlüssel jetzt eigentlich. Kann schon sein. Den habe ich mich schon eingesetzt. Kann ich mir einfach Licht ausmachen und hoffe, dass er mich nicht findet? Nein, nein. Ich glaube nicht. Doch, er ist oben wieder. Wie komme ich da zu der Minen hinten? Ist wieder weggelaufen. Ich glaube, ganz am Ende. Ja, und dann irgendwo rechts zwischen den Häusern. Ich habe es, glaube ich. So leuchtet so schon das Pentagramm. Wo ist der Schlüssel für da? Ah, da. Hier kann mal jemand das ganze Zeug aufsperren. Lebt. Ja, ich bin dran. Da ist nochmal ein Schlüssel. Bankschliessfach. Was? Ah, da ist hinten noch Zündhölzle. Wo fällen noch welche? Im Hotel, glaube ich oben, oder? Ja. Ja, ist schon das Hotel. Bank, 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 Bank. Da. Bankschliessfach. Wo ist das Hotel? Ah, da Hotel. Da ist noch ein Zündhölzle im Hotel. Äh, in der Bank. Er war da irgendwo, oder? Die Zündhölzle wohnen gerade nach, gell? Ja, ich habe es sogar gemerkt. Ah, den kann man noch nicht erzählen, oder? Also, ich habe jetzt drei Schlüssel aufgenommen. Drei Bücher habe ich verteilt. Ja. Er ist bei mir. Er ist in der Bank. In der Bank? Ah, ja. Ich komme nicht rauf. Wie meinst du nicht rauf? Er läuft Stiergabe. Hey, wo ist da das Kästchen? Ich laufe ganz in Rau und mache das Licht aus. Dann ist er wieder weggegangen bei mir. Ach, die Reaktion ist halt immer noch schnell von mir. Da kann man so einem Geist nichts tun. Ja, wer ist da so am Sachen aufsperren? Also, ich habe jetzt mit Ritzburg da rein platziert. Oh, da kommt er. Ja. Er ist auf der Strasse vor der Bank. Bin gerade nach oben geflüchtet. Jetzt sehe ich ihn. Da unten läuft er. Im OBS sehe ich es. Er läuft zum Spawn. Aber auf meinem Bildschirm sehe ich es nicht. Oh, das ist Maria. Wie kannst du so Handbewegungen machen? Äh, mit eins, zwei, drei und vier. Sure. Nah. Come on. Yep. Yep. Ja, wo ist... Wo ist denn jetzt so ein Pentagram, wo wir auslösen können? Haben wir jetzt alle... Haben wir alle Bücher oder was auch nicht gehört oder was? Nein, noch nicht. Welch... Was fällt uns denn noch und welcher Schlüssel fällt uns noch? Was haben die für Schlüssel? Und die ist schon erledigt. Also, ich habe... Du hast tausend Schlüssel aufgesammelt. Keine Ahnung. Was, wie viel hast du? Ich habe drei und die habe ich alle schon platziert. Ich habe sechste, die habe ich jetzt gerade alle platziert. Okay, ich habe einen gehabt. Und habe ich auch. Ich habe was? Oh! Okay, perfekt. Dann lege ich das da mal hin. Ich habe mich gerade eingeschossen. Weißt du, ich war schon im Gebäude drin. Und ich hatte einfach durch die Wand durchgeschossen. Wall-X oder wie? Wall-X oder wie? Ich habe da jetzt eins aktiviert. Ja, den... Hoffe. Ja, es brucht nicht. Leuchtet es. I'm racing. Okay, fangen wir an Birka zu verbringen. Ja, ja. Ja. Inwerfung gleich nachführen, oder? Das muss jetzt... Das muss jetzt... Ratsfahrts gehen. Gleich Feuer nachhauen. Aber... Es geht noch nicht aus. Er hat keinen Spaß dabei. Und ich bin am Nachfüller. Es brennt schon wieder. Rennen wir noch? Ich mache die Hintertür von der Kirche auf, damit wir dann bessere Abbaumöglichkeiten haben. Ah, rennt der dir noch? Jetzt rennt er mir noch. Fuck. Es wäre gut gekühlt, wenn wir die Benzinkanister schnell hineinträgen. Achso. Das können wir machen. Das können wir nicht immer rausrennen. Das ist schon ein Stenempür. Woher trägst du das Kröppel, he? Fuck! Er ist bei mir. Oh, der... Achso. Und tun wir schnell die Kanister da hinein. Ah, scheiße. Jetzt hat mir keiner den aufgenommen. Ja. Ich habe mich mit einem viel mehr blinden. Das sage ich schon seit dem ersten Spiel. Dann wäre er insgesamt glaube ich nicht so aggressiv. Ja, ey. Du bist ordentlich aggressiv, wenn man dem ins Gesicht leuchtet, oder? Ja. Da wirst du richtig beruhigt. Fabi kann Stutz an einem Medipack, klar? Ja. Ich habe. Alle Kanister sind jetzt drin. Ja. Bist du irgendwo am oberen Stock, oder? Ja, im 1.13. Hier, da kein Medipack auf der Strasse. Ja, ganz am Ende. Dann ans Holler. Oh. Wer ist da? Ach, da bist du schon dran? Ja. Nein, bitte. Oh, wer liegt da am Boden? Hinter dir ein Geist, achten! Ah, fuck! Holst du den schon hoch? Ja. Ich blinden, ich blinden, ich blinden. Ich glaube, er schießt mir jetzt auch nicht. Ja. Mann! Aber ich habe ihn blindet. Volles Rohr. Volles Rohr. Rück bitte zu einem Medipack. Ja, ja. Ich kriege gerade wieder auf der Strasse. Ich habe noch... Er steht da mitten auf der Strasse beim Brunnen. Ähm... Ja, es sind noch da Medipacks und da steht er auch gerade. Also dann mich. Er rennt in die Bank hinein. Wer auch gerade in der Bank ist, ist... Am Arsch. Er rennt wieder aus der Bank. Kuss ich gleich mal. Warte mal. Oh, kannst du drüber zu springen. Es gibt keinen Fallschaden. Er rennt immer noch in der Bank. Kommandant. Er guckt gerade raus. Aber er rennt... Und brennend bitte die Geister ein bisschen weg. Bitte, bitte, bitte. Ich glaube, er hat gerade einen Neb erwischt. Äh, der... Fabi erwischt. Ah, Geister von mir! Und jetzt holt mir der... Ach, Mann, das ist jetzt lästig. Ich kann dich gerade nicht heilen können. Ich habe ein paar Buchen an. Jetzt... Irgendwie hat mich gerade kurz geheilt. Da kommt ein Geist. Da kommt ein Geist über dir. Äh... Und er läuft gerade auf der Strasse auf mich zu. Er läuft aber gerade langsam. Und... Vivi, die verfolgen zwei Geister. Ja. Ja. Er läuft gerade wieder in die Bank hine. Aber ganz langsam. Ich komme immer oben auf die Welt. Ja. Er ist noch in der Bank. Vorsicht, Vivi. Links von dir ist ein Geist. Hinter dir ist jetzt ein Geist. Ja, blende ihn weg. Blende ihn weg. Ich liege am Boden. Er ist dort. Hä? Ich bin oben in der Kirche. Achso, wer ist auf mir drauf denn? Der akuten Geist. Das war ich. Ah, okay. Insofern er ist in der Bank. Er kommt. Uuuuuh. Fuck! Ich habe gesehen, er ist in der Bank. Ich weiß doch nicht, wo die Bank ist. Ich komme die Heal nachlebt, wenn er weg ist. Oder, Fabi, grühe gleich. Ich habe die Geister, gell? Ja, aber grühe gleich weg. Er blieb nicht einfach bei. Komm, komm in die Bank hinein. Kann ich in die Bank hinein grüchen? Ich habe eine Medikin. Ich habe den Fabi gekillt, Fabi. Achso, okay. Und bitte brennt die Geister weg, wenn die Batterie voll haben. Ja. Dass die nicht einfach immer, immer mehr werden. Ich bin im Stall, gell? Ja, komm. Ich hole dich gleich. Fuck! Komm, die Batterie weg. Ja, ich... Hohoho! Er loftet es euch noch. Ja, was? Aber du kannst mir doch helfen, Fabi. Ja, wo? Ja... Was ist der, wo der Killer ist? Brennt den weg! Boah! Ich habe eine Mutterlampe, oder was? Ah, meine Freiklobione, oder? Oh, fuck. Ja, ich gehe die Mine hinterher holen. Okay. Er ist auch Haus neben mir. Aber er läuft jetzt weg, und er hat auf irgendwelchen geschossen. Mann, da sind keine Zündhölzchen in der Mine hinter. Oder hat man das Scha... Ah, nein. Oh, achso. Wo ist es? Oh, fuck. Geistert mich. Und jetzt hat mir der Kruppel, glaube ich... Nein, er ist weg, ich rede. Ich haue das nächste Buch hinein. Ich bin am racen, ich bin am racen. Oh, da ist ein Geist. Die Geister werden mit der Zeit auch immer wilder. Ja, ja. Da kommt nochmal ein Geist. Da kommen nochmal zwei Geister. Okay. Ja, ich habe auch gerade noch ein Viertel, das ist nicht gut. Ja. 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 Ja, guck mal so vor. Du hast den Sonnen, ist doch auch gut. Hast du dich irgendwie auf schwer gestellt oder so? Nein, das ist ganz normal wie immer. Ja. Da sind die Unheilz. Oh, achso, da hast du auch zu. Okay. Rennt. Die Schwere wieder vor. Ich leg dir noch Medikit und spawn. Ah, ich sehe ihn nicht. Boah, da sind voll viele Geister auf mich gerade. Ich habe... Ich muss rennen. Ich hole mich sonst. Hilfe. Hilfe. Ich habe sie alle weggefackelt. Nein, das ist noch einer. Ja, ich habe leider keine Batterie mehr, sonst steht der Hilfe. Wo ist der? Oh, er hat mich angeschossen. Oh, er hat mich angeschossen. Wo sind wir, wo ist? Ja, 100 auf der Straße. Er ist in der Mitte auf der Straße. Der revtöte. Ich kann Fabian schlecht heilen, ja. Ich bin bei dem Medikit. Ja. Tut er will was anderes. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Geist, 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 Geist. Hinter dir, hinter dir. Ja, ich... Ich habe alle Geister verbrennt. Jetzt haben wir langsam Comedy Packs mehr, gell? Hinter dir kommen drei Geister. Er ist auf mir. Er läuft gerade auf mir. Er steht in der Tür. Also wenn da meine Leiche sind, dann ist er auch. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ich habe keine Batterie mehr. Ja, ich auch nicht. Er stand genau hinter ihm gerade. Er rennt. Er sprintet Richtung Kirche. Oh, fuck. Fuck. Ja, da ist nur noch ein Medikit auf der Straße. Oh, scheiße. Ah, da sind so viele Geister kommen. Er ist gerade im Hotel. Er ist gerade im Hotel. Ja, sie ficken mich gerade an schon wieder. Aber ihr wollt sie immer wieder kurz blinden. Ganz kurz blinden und dann können wir wegrennen. Da kommen nochmal zwei Geister. Hinter dir schon ein Geist. Ja. Ja. Ich muss meine Batterie aufladen, sonst wird das nichts. Ja. Ja, jetzt sind drei Taugen, gell? Ja. Ja. Soll ich runter zurück oder sollen wir da mal rüber? Ja. Ich bin rei, der auch nicht. Ja, Scheiße. Irgendwas machen wir falsch. Irgendwas Grundlegendes. Ich weiß es nicht. Ich finde die Map einfach zu schwer mit den Geistern. Weil die noch aus der Luft kommen. Ja, und weil sie auch noch wegkommen. Dann verbrutzt du wieder Energie. Okay. Weisst du, es gibt Leute, die spielen das solo und gewinnen sie. Vielleicht kommen dann noch weniger Geister. Ja, sehr. Ja, schade. Devor. Devor war alles besser.